Was aber festgehalten zu werden verdient, weil es durchaus nicht allgemein bekannt ist, es mag vielen sogar überraschend klingen, das ist Folgendes. Die einzigen innenpolitischen Gegner oder Konkurrenten, mit denen Hitler in den Jahren 1930 bis 1934 ernsthaft zu rechnen und zeitweise zu kämpfen hatte, waren die Konservativen. Die liberalen Zentrumsleute und Sozialdemokraten haben ihm nie im Geringsten zu schaffen gemacht, ebenso wenig die Kommunisten. Und dabei blieb es auch in den Jahren seiner unumfrenkten Macht, nach 1934. Die liberalen Zentrumsleute und Sozialdemokraten, soweit sie ihren Überzeugungen treu blieben, zogen sich fast durchweg in die Passivität einer für Hitler unschädlichen inneren oder äußeren Emigration zurück. Und der rein symbolische Widerstand und Untergrundzusammenhalt kleiner, immer wieder ausgehobener und immer wieder neu gebildeter kommunistischer Gruppen, menschlich gewiss respektreifend in seiner todesverachtenden Aussichtslosigkeit, war für Hitler ein reines Polizeiproblem. Aber die Konservativen, mit ihren gut verschanzten Positionen in Heer, Diplomatie und Verwaltung, blieben immer ein echtes politisches Problem für ihn. Unentbehrlich für den Alltagsbetrieb, halbe Verbündete, aber immer auch halbe Opponenten und mitunter, zum Teil wenigstens, Ganze. Papen und Schleicher zum Beispiel rührten sich noch einmal in der Krise des Sommers 1934. Schleicher zahlte dafür mit seinem Leben, Papen wurde auf diplomatische Außenposten abgeschoben. Konservative Wehrmachtgenerale schmiedeten 1938 und 1939 Putschpläne. Konservative Politiker wie Gördeler und Popitz konspirierten während der ganzen Kriegszeit mit den verschiedensten Partnern aus Heer, Staat und Wirtschaft gegen Hitler. Und 1944 hatte sich schließlich sogar eine Art großer Koalition politischer und militärischer konservativer Hitlergegner gebildet, die in dem Unternehmen des 20. Juli gipfelte. Der 20. Juli war in der Substanz ein hochkonservatives Unternehmen. Mit Recht ist gesagt worden, seine Totenliste lese sich wie ein Auszug aus dem gothaischen Adelskalender, auch wenn für einige jüngere sozialdemokratische Politiker zu optischen Zwecken ein paar Ministerposten in der geplanten Putschregierung vorgesehen waren. Er scheiterte nicht zuletzt daran, dass die romantisch-konservativen Staatsideen, die er verwirklichen sollte, ebenso undurchdacht, anachronistisch und wirklichkeitsfern waren wie vorher die Staatsideen Papens und Schleichers. Wirklich gefährlich konnte die konservative Opposition Hitler nie werden und die Kette seiner leichten Erfolge gegen sie reißt nicht ab. Immerhin, es war die einzige Opposition, die ihn bis zum Schluss zu schaffen machte. Die einzige, die eine, wenn auch geringe Chance hatte, ihn zu Fall zu bringen, und die wenigstens einmal auch den Versuch dazu machte. Und diese Opposition kam von rechts. Von ihr aus gesehen stand Hitler links. Das gibt zu denken. Hitler ist keineswegs so leicht, als extrem rechts im politischen Spektrum einzuordnen, wie es viele Leute heute zu tun gewohnt sind. Er war natürlich kein Demokrat, aber er war ein Populist, ein Mann, der seine Macht auf Massen stützte, nicht auf Eliten. In gewissem Sinne ein zu absoluter Macht gelangter Volkstribun. Sein wichtigstes Herrschaftsmittel war Demagogie, und sein Herrschaftsinstrument war keine gegliederte Hierarchie, sondern ein chaotisches Bündel unkoordinierter, nur durch seine Person an der Spitze zusammengehaltener Massenorganisationen. Alles eher linke als rechte Züge. Offensichtlich steht Hitler in der Reihe der Diktatoren des 20. Jahrhunderts irgendwo zwischen Mussolini und Stalin. Und zwar bei genauerem Hinsehen näher bei Stalin als bei Mussolini. Nichts ist irreführender, als Hitler einfach einen Faschisten zu nennen. Faschismus ist Oberklassenherrschaft, abgestützt durch künstlich erzeugte Massenbegeisterung. Hitler hat wohl Massen begeistert, aber nie, um dadurch eine Oberklasse abzustützen. Er war kein Klassenpolitiker, und sein Nationalsozialismus war kein Faschismus. Wir haben bereits in der vorigen Sendung gesehen, dass seine Sozialisierung der Menschen genaue Entsprechungen in sozialistischen Staaten, wie etwa der heutigen Sowjetunion und DDR hat, Entsprechungen, die in faschistischen Staaten höchstens kümmerlich entwickelt sind, mitunter ganz fehlen. Von Stalins Sozialismus in einem Lande unterschied sich Hitlers Nationalsozialismus. Man beachte die terminologische Identität. Freilich durch das weiter bestehende Privateigentum an Produktionsmitteln, für Marxisten ein gravierender Unterschied. Ob er in einem totalitären Befehlsstaat wie dem Hitlerschen wirklich so gravierend ist, bleibe dahingestellt. Aber die Unterschiede zum klassischen Faschismus Mussolinis sind jedenfalls noch gravierender. Keine Monarchie. Daher keine Absetzbarkeit und Auswechselbarkeit des Diktators. Keine feste Hierarchie in Partei oder Staat. Keine Verfassung, auch keine faschistische. Kein wirkliches Bündnis mit den traditionellen Oberklassen. Am wenigsten irgendwelche Hilfsdienste für sie. Eine Äußerlichkeit ist symbolisch für vieles Wesentliche. Mussolini trug ebenso oft Frack wie Parteiuniform. Hitler trug Frack nur gelegentlich in der Übergangszeit 1933-1934, solange Hindenburg noch Reichspräsident war und Hitler sein Feinbündnis mit Papen noch aufrechterhalten musste. Danach immer nur Uniform wie Stalin. Aber eine große gesellschaftliche Veränderung gibt es, die Hitlers persönliches Werk war und die interessanterweise zwar in der Bundesrepublik rückgängig gemacht, in der DDR aber beibehalten und weiterentwickelt worden ist. Hitler selbst nannte sie die Sozialisierung der Menschen. Was haben wir das nötig? Sozialisierung der Banken und Fabriken, sagte er zu Rauschnink. Was das schon besagt, wenn ich die Menschen fest in eine Disziplin eingeordnet habe, aus der sie nicht heraus können. Wir sozialisieren die Menschen. Es ist die sozialistische Seite des hitlerschen Nationalsozialismus, von der jetzt zu reden ist. Wer mit Marx das entscheidende oder sogar das alleinige Merkmal des Sozialismus in der Sozialisierung der Produktionsmittel sieht, wird diese sozialistische Seite des Nationalsozialismus natürlich ableugnen. Hitler hat keine Produktionsmittel sozialisiert, also war er kein Sozialist. Damit ist für den Marxisten alles erledigt. Aber Vorsicht, so einfach ist die Sache nicht. Interessanterweise haben ja auch die heutigen sozialistischen Staaten es allesamt nicht bei der Sozialisierung der Produktionsmittel bewenden lassen, sondern große Mühe darauf verwendet, außerdem auch die Menschen zu sozialisieren, also sie möglichst von der Wiege bis zur Bahre kollektiv zu organisieren und zu einer kollektiven sozialistischen Lebensführung zu nötigen, sie fest in eine Disziplin einzuordnen. Es fragt sich durchaus, ob das nicht trotz Marx die wichtigere Seite des Sozialismus ist. Man ist daran gewöhnt, in den Gegensatzkategorien Sozialismus und Kapitalismus zu denken. Aber richtiger, jedenfalls wichtiger, ist es wahrscheinlich, den Gegensatz zum Sozialismus im Individualismus zu sehen und nicht im Kapitalismus. Eine Art Kapitalismus ist nämlich der Sozialismus im Industriezeitalter ganz unvermeidlich ebenfalls. Auch ein sozialistischer Staat muss Kapital akkumulieren, erneuern und erweitern. Die Arbeits- und Denkweise eines Managers oder Ingenieurs ist im Kapitalismus und im Sozialismus genau die gleiche. Und Fabrikarbeit ist auch in einem sozialistischen Staat unvermeidlich entfremdete Arbeit. Ob die Maschine und das Fließband, die er bedient, einem privaten Konzern oder einem volkseigenen Kombinat gehört, macht für den Arbeiter bei seiner Arbeit keinen erkennbaren praktischen Unterschied. Aber einen sehr großen Unterschied macht es, ob er nach der Arbeit sich selbst überlassen bleibt oder ob vor den Fabriktoren ein Kollektiv, man kann auch sagen eine Gemeinschaft, auf ihn wartet. Mit anderen Worten, wichtiger als die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit, an der in einer Industriewirtschaft wahrscheinlich unter keinem System etwas Entscheidendes zu ändern ist. Wichtiger ist die Entfremdung des Menschen von seinen Mitmenschen. Noch anders gesagt, wenn das Ziel des Sozialismus die Beseitigung menschlicher Entfremdung ist, dann erreicht die Sozialisierung der Menschen dieses Ziel weit eher als die Sozialisierung der Produktionsmittel. Diese beseitigt vielleicht eine Ungerechtigkeit. Allerdings, wenn die letzten 30 oder 60 Jahre irgendetwas beweisen, auf kostende Effektivität. Jene beseitigt wirklich eine Entfremdung. Nämlich die Entfremdung der Großstadtmenschen voneinander. Allerdings auf Kosten der individuellen Freiheit. Denn Freiheit und Entfremdung sind ebenso zwei Seiten derselben Medaille wie Gemeinschaft und Disziplin. Sprechen wir konkret. Worin sich das Leben der riesigen Mehrheit von Deutschen, die keine rassisch oder politisch ausgeschlossenen und Verfolgten waren, im Dritten Reich von dem Leben im vorhitlischen Deutschland und auch von dem in der Bundesrepublik unterschied, worin es aber dem Leben in der DDR gleicht wie einer dem anderen. Das war, dass es sich zum allergrößten Teil in außerfamiliären Gemeinschaften oder Kollektiven abspielte, an denen für die meisten, ob die Mitgliedschaft nun offizieller Zwang war oder nicht, praktisch kein Vorbeikommen war. Das Schwulkind gehörte zum Jungvolk, wie heute in der DDR, zu den jungen Pionieren. Der Heranwachsende fand sein zweites Zuhause in der Hitlerjugend, wie in der freien deutschen Jugend. Der Mann im rüstigen Alter trieb Wehrsport in der SA oder SS, wie in der Gesellschaft für Sport und Technik. Die Frau betätigte sich in der deutschen Frauenschaft, dem demokratischen Frauenbund. Und wer es zu etwas gebracht hatte oder bringen wollte, gehörte in die Partei, damals im Dritten Reich, wie heute in der DDR. Von den hunderterlei nationalsozialistischen bzw. sozialistischen Berufshobby-, Sport-, Bildungs- und Freizeitvereinigungen, Kraft durch Freude, Schönheit der Arbeit, nicht zu reden. Selbstverständlich, die Lieder, die gesungen und die Reden, die gehalten wurden, waren damals im Dritten Reich andere als heute in der DDR. Aber die Beschäftigungen, das Wandern, Marschieren und Kampieren, das Singen und Feiern, das Basteln, Turnen und Schießen, waren nicht zu unterscheiden. Ebenso wenig die unleugbaren Geborgenheits-, Kameradschafts- und Glücksgefühle, die in solchen Gemeinschaften gedeihen. Hitler war darin unzweifelhaft Sozialist, ein sehr leistungsstarker Sozialist sogar, dass er die Menschen zu diesem Glück zwang. War es ein Glück oder wurde der Zwang dazu auch wieder als Unglück empfunden? Die Menschen in der heutigen DDR streben oft von ihrem Zwangsglück fort. Aber wenn sie dann in die Bundesrepublik kommen, klagen sie ebenso oft über das Alleingelassensein, das die Kehrseite der individuellen Freiheit ist. Es wird im Dritten Reich oft ähnlich damit gestanden haben. Wir wollen die Frage, ob der sozialisierte Mensch glücklicher ist oder der individuell Lebende hier nicht entscheiden. Wir wollen die Menschen in der Nähe des Lebens.